Jupp Schmidt ist wieder im Stress. Er soll sich um die Zollabwicklung für den Export der neuen Produktsparte Pumpen kümmern. Und zwar in den Iran. Kein Problem, denn er nutzt ja Zara Export. Da fällt ihm etwas ein. Export in den Iran? Gibt es da nicht etwas zu beachten? Welche Waren darf er dorthin exportieren? Darf er den Kunden überhaupt beliefern? Wie soll er das herausfinden? Jupp recherchiert im Internet und findet heraus, dass es eine Vielzahl von Export- und Compliance-Vorschriften zu beachten gibt. Er findet zudem Berichte über Unternehmen, die gegen bestehende Exportvorschriften verstoßen haben. Handelnde Personen wurden mit hohen Geldbußen bis zu 500.000 Euro und sogar Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren belegt. Dieses Risiko möchte er nicht eingehen. Um das zu vermeiden, muss er zusätzlich seine Güter auf Lieferfähigkeit prüfen. Das Land auf Lieferverbote, Sanktionen bzw. Embargen kontrollieren. Die Möglichkeit zur doppelten Verwendbarkeit, also Dual Use der Waren beurteilen. Den Empfänger mit den weltweiten Sanktions- und Terrorlisten abgleichen. Allein dafür müsste er sich manuell stundenlang durch unzählige Verordnungen und tausende von Kontakten auf Terrorlisten kämpfen. Da muss es doch etwas Einfacheres geben. Da er mit Zara Export von Znet sehr zufrieden ist, schaut er zuerst dort nach. Und wird fündig. Sein Zara Exportmodul kann er einfach um die Module Exportkontrolle und Compliance erweitern. Damit kann er seine Güter prüfen, länderbezogene Kontrollen vornehmen, Dual Use beurteilen sowie Namen auf Sanktionslisten abgleichen. Und all das cloudbasiert, sodass er von überall auf der Welt Exporte mit 100% rechtssicheren Compliance-Nachweisen erledigen kann. Einfach nur die Versanddaten eingeben und alles wird automatisiert geprüft. Alle dafür erforderlichen Compliance-Nachweise erzeugt er dabei mit nur wenigen Klicks. Sie möchten auch so entspannt wie Jupp sein? Probieren Sie es einfach aus. Sichern Sie sich einen kostenfreien Datencheck unter www.finde-den-zoll-deines-lebens.de www.finde-den-zoll-deines-doll-deines-doller